Rump, Schörter, der Sieger aus Wanns, der die Fahrer ja schon für eine Woche hier unter seine Fittiche genommen hat in der Badewanne. So, jetzt ist der indische Akteur vorne, jetzt muss Mick Schröter alles in die Waagschale werfen, um da nochmal ranzukommen, sich anzusaugen an den Führenden. Die letzten Meter, brava!